Okay, jetzt kommt sie von da. Okay, wir können mehr Truppen ausbilden. Wer tot ist, wer Speerträger? Okay, jetzt hätte ich erst mal so... Vorwärts! Die meinen es ernst! Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! So... Ja, das Problem ist halt, als Orcs haben wir nur magische Fernkämpfer. Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Für den Clan! Stand halten, Männer! Ah! Hier oben ist auch noch ein... Oh, hier ist noch ein Lager der Roten Legion! Ich bin schon auf halbem Weg! Vorsicht, Gegner! Zuer wie befohlen! Und ja, Heiler haben wir dann auch... Runenkrieger, zu mir! Dafür haben wir jede Menge magische Feuerkraft! Dafür haben wir jede Menge magische Feuerkraft! clapping! Vorsicht, Gegner! Clanbrüder, zu mir! Was sind die Gegner? Die meinen es ernst. Ja, dass wir nicht verlustfrei aus der Sache rauskommen werden. Ein Gegenangriff! Clanbrüder zu mir! Ein Gegenangriff! Da ist es gut, dass wir die Heilung haben. Nicht zurückweichen! Tote in Feinden! In Deckung! Was liegt an? So, wir haben einen Speerkämpfer und einen Totepf verloren. Mitten wir gleich mal neu raus. Die meinen es ernst! Werden sie hier zu begeistert einreißen. Teuch der Roten Region. Zu den Waffen! Wo sind die Gegner? So, alle um mich sammeln. Das heißt, als nächstes sind die beiden Lager da drüben dran. Oh, da kommen Truppen runter. Das ist auch nicht schön. Ist was! Das ist nur die Frage, wo sie hinwollen. In mein Lager oder zu den... Äh, zur Roten Legion. Oh, jetzt habe ich auch ein gutes kleines Lager. Oh, in mein Lager wollen sie. Clanbrüder zu mir! Die meinen es ernst! Feinde in der Stadt! Was tut er? Ein Gegenangriff! Bin schon auf halbem Weg. Feinde in der Stadt! Helände Lichtbeter! Ups. Die meinen es ernst! Das ist ein Hinterhalt! Wir sind hier ohne Schutz! Okay, gut. Zara, hilf! Das ist ein verfluchter Überfall! Zara, hilf! Für den Klobats! Vorwärts! Was haben wir diesmal verloren? Wieder ein Speerträger? Wir sind hier ohne Schutz! Fische haben wir verloren! Fische haben wir verloren! Zwei Linien sammeln! Zara, hilf! Wir sind hier ohne Schutz! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein verfluchter Überfall! Helände Lichtbeter! Auf meinen Befehl! Was fliegt an? Wo sind die Gegner? Was? Okay. Okay. Gibt ja noch viel zu tun. Jeder ausräuchern. Was jetzt? Ja, wir kriegen halt jetzt gerade kein Holz mehr rein. Clanbrüder, zu mir! Krieg! Tod den Feinden! Jawohl! Runenkrieger! Krieg! Die meinen es ernst. Für den Clan. Wo sind die Gegner? Clanbrüder, zu mir! So, die paar Gegner sind schnell. Clanbrüder, zu mir! Ein Gegner an dir! Ah! Was ticker! W Techiii-W Techie-W 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 Techie! Wasillk! Was liegt an? Nicht zurückweichen. Für den Clan. In Deckung. Oh, die Rote Legion greift hier unten an. Clanbrüder, zu mir! Was liegt an? Wo sind die Gegner? So, ein Lager der Rote Legion. Noch mehr Speer der Rote Legion. So, ein Lager der Rote Legion. So, ein Lager der Rote Legion. So, ein Lager der Rote Legion. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, wenn wir da rein wollen, müssen wir an dem Lager vorbei. Also, ja, hier ist nur einfach ein Lager der Rote Legion. Gut. Gut. Ich habe immer noch die Lut. Schmerksamkeit. Entdeckung! Nicht zurückweichen! Da ist ein toter Bio-Wolfs-Sergeant. Und da ist noch jede Menge Wolfselite. Vor der Stadt, okay. Gut, aber ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal. So. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.